Das ist so ein bisschen wie Busfahrt, wa? Also es ist ja sehr sauber auch hier vorne bei Ihnen. Ja, also der Rafa ist natürlich hier, fahrt jetzt immer zuständig mit dem Rennenzustand. Wir haben jetzt keine Firma, die das sauber macht und dann wollen wir einfach fahren, wie mein Fahrzeug. Macht es Spaß? Natürlich. Ja? Sie sind wirklich herzlich bei der Arbeit. Genau. Sie lieben Müll. Den Müll nicht, aber die Technik und die Fahrzeuge. Wie Oskar aus der Sesamstraße. Ich mag Müll. Das ist mein Müllauto. Also mit dem darf ich heute mitfahren. Ich habe leider keinen Führerschein für das Auto, deshalb darf ich nur hinten mitfahren. Da hinten auf den Tritt. gabst einen sagst den gabst du aber eigentlich gabst du Vielen Dank.